Wa qurrabbi zidni ilma Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Liebe Geschwister, heute kommen wir zur ersten Aussage, die unsere Liebe zu Allah steigen lassen soll und uns motiviert, Allah subhanahu wa ta'ala besser anzubeten Ibn al-Qayyim sagt in seinem Buch Madarijus Salikin folgendes Das heißt, wenn der Baum der Liebe ins Herz eingepflanzt wird und bewässert wird durch das Wasser der Aufrichtigkeit und der Befolgung des Geliebten Allah so wird dieser Baum die verschiedensten Früchte hervorbringen Dann sagt er Und er, dieser Baum, wird seinen Ernteertrag zu jeder Zeit hervorbringen mit der Erlaubnis seines Herrn Dann sagt er Die Wurzeln dieses Baumes sind fest verankert im Herzen des Dieners Und er sagt Und die Zweige erreichen den Sidr-Baum, der über dem siebten Himmel sich befindet Dann sagt er Das heißt, die Bemühungen desjenigen, der Allah liebt, steigen mehr und mehr Seine Bemühungen steigen immer mehr und mehr zu seinem Geliebten Nichts kann ihn davon abhalten Dann erwähnt er einen schönen Vers in Surat-u-Fatir, der Erschaffer, Surat 35, Vers 10 Allah subhanahu wa ta'ala sagt Er sagt Zu ihm, zu Allah, steigt das gute Wort hinauf Und die rechtschaffende Tat hebt er zu sich empor Das war eine wunderschöne Wort von Ibn Al-Qayyim Ich sage diese Wort Walhamdulillahi Rabbil Alameen Das war eine wunderschöne Wort